Hier bin ich auch wieder, ich habe gerade Besuch bekommen, jetzt ist es ein anderer Tag, aber jetzt versuchen wir ihn immer gleich mal aufzuhalten. Gerade haben wir seinen Schimm bekommen, warte, ich schieße einmal mit der... was haben wir hier? Ich schieße einmal das drauf, was ich hier am besten gleich habe. Da kommt er. Abyschen. Fettmann. Komm, den holen wir uns. Den Wichser, komm, 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 schneller, 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 schneller. Was ist er da noch drin? Das war bestimmt nur eine Attrappe. Da ist er. Oder ist das jemand anderes? Das ist ja ein anderes. Ah, doch nicht. Lebt er noch? Ja, mache ich. Meine Stimme ist ein bisschen tief. Warte, da hinten sind er. Ich soll es ja abdecken, ein bisschen schwierig. Richtig. Mist. Ja, zum Thema. Schwierig. Ich bin ja gelaufen beim Tod. Du rüste dich mit Waffen aus, in die du in ihre Nähe gehst und nachladen gedrückt hältst. Hallo, das muss ich den Wagen jetzt nochmal aufhalten. Aber ich kann schon mal gucken, wie er weggeschleppt wird. Geht doch. Komm, komm, nimm den hoch und gut das. Gebärder Scharfschützen, da hinten sind sie, ne? Naja. Ist jetzt mich hierhin, hat die Bushaltestelle. So, hab's schon. Klinger mal schnell. Ach, kacke. Ich sag nie wieder was. Ich sag nie wieder was Gutes. Das können Sie vergessen. Gut, werfe da halt eine Granate hin, machen wir es halt so. Hat man Granate werfen, war auf L2 bei Battlefield ist okay. Weil, ist ein bisschen spielisch, Monovo 3, um Battlefield zu spielen und da sind die Tasten ein bisschen vertauscht. So, dann machen wir nochmal neue Nachtschicht. Komm, wir nehmen den Typen nochmal hoch und ich beschütze uns nochmal ein bisschen besser. Hör mal, der gleiche Bad. So, ich geh nochmal hinter die Bushaltestelle, ne? Oder warte mal. Ja, ja. Kommt, 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 kommt. Bäm. Ach. Bad, wir hinlegen. Ah, ich hab wieder Kreiswut hinlegen. Also ich bin der, ey, wieso treffen die so gut? Vorher haben die doch auch nicht so gut getroffen, hab ich jetzt auf mich die Schwierigkeit höher gestellt. Wenn du eine echte Herausforderung suchst, solltest du auf Schwierig spielen und die Zielhilfe aussteilen. Ja, ich weiß, was du meinst, wenn man Schwierig spielt. Mir fällt grad auf, ich letztes Play grad alles in den Minecraft-Ordner. Oh. Das ist wieder der gleiche Bad. 1,3, wir haben aber schief. Und sicher nicht. Over. Verstanden. Wir sind jetzt unterwegs zu haben. So, warte mal. Erst mal die 2 und dann eine Granate hin. Naja. Kommt. Genau in dem Moment kommen sie jetzt. Ah, wieso trifft er so gut? Wow, One-Shot. Ey, fuck. Wo war der? Sag mal, ist das Buggy grad oder warum sterbe ich so schnell? Okay. Okay, es fängt schon mal gut an, muss ich sagen. Wir sind schon weit. Ich glaube, das sind schon 5 Minuten jetzt gewesen und sind auf der gleichen Stelle. Komm, ich nehme den jetzt nochmal hoch. Irgendwann muss das zwar ein bisschen schwer werden. Ich renne schon durch. Ich bin jetzt over. Verstanden. Wir sind jetzt unterwegs zum Abruf. Bist du uns hinter, ne? Gehst du. So. Der hat ja eh God-Mode an und... So. Headshot. Komm her. Kriegst du ja eh hin. Komm, schneller. Sagst du, God-Mode. God-Mode. Sagst du. Oh, komm rein. Hä? Ich hab dir gut geholfen, ne? Halt sie am Tor auf. Ich muss ihn reinbringen. Was? Lass niemanden an dir vorbei. Was? Das sagst du so einfach. Wow. Ich kann alles ein bisschen falsch geworfen, mein Kumpel. So, dann sind wir besser. Ich war auch noch so doof. So, ähm. Ist da überhaupt jemand? Moment. Habt ihr so ein gutes Aiming, Alter? Bam. So. Hast du se... Hä? Scheiße. Wo ist er hin? Wow. Nicht leuchten, so. Er hat kein gutes Aim. Mal. Ich hab auch nicht, wie es aussieht. Das kann ich mir gut vorstellen, ist ja gut drin. Guter Platz. Das ist besser als draußen, jedenfalls. Das schwöre ich dir. Lass mal rein hier. Ich würde gar nicht wissen, was du mit der Leiche angestellt hast, als ich schon draußen ein bisschen gespielt habe in den anderen. Wirst du mich verarschen? Na, er macht sich einen bunten. Tja, auch nicht schlecht. Der Penner. Wie heißen Sie? Wie ist der Name? Mein Name. Mein Name ist... ...Kommen Sie mal an. Halten Sie durch. Nein, nein. Mehr gibt es nicht. Ja, wie ist Ihr Mann? Blackburn. Leg ein paar Minen hier aus. Stimmt. Wir werden uns eine Menge wütender Leute besuchen. Deck die Eingänge ab. Sobald ein Feind kommt, pustest du ihn weg. Mach schon. Beeil uns. Sie kommen. Ähm, ja. Ich würde trotzdem mal ein bisschen lauter das Let's Play machen. 1, 3. Start aus. Wir haben uns im Kaufhaus verschanzt. Westseite. Erster Stock. Zu laut. So, äh. Minen rund ums Kaufhaus. Erdgeschoss. Pass auf und nimm den Haupteingang ins Visier. Haupteingang. Oh, ja. Rolltreppe ist gesichert. Machen wir mal. Kacke. Äh. Ach, scheiße. Ich gehe wieder hoch. Was schießt denn noch Typen? Oh, 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 oh. Ach. Fehl. Ach, kacke. Oh, oh. Ah. Lass nach. One-Shot. Oh, oh. Ey, was ist das von? Habt so'n verficktes, gutes Aiming. Sterb. Richtig so. Hä? 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 Da rennt ihr rum. Wann ist der Klamo? Sag mal. Du Bangerier. Wo ist er? Komm mal her, mein bester Wieso trifft der so gut? Ey, seid der Maschine oder was? Verarschen Der verreckt mich ohne Scheiße jetzt Ist das ohne, wenn die Gegner Kacknoter anhören, dann kann ich ihn töten, ne? Komm mal her, hier Komm mal her, mein kleiner Oh, sorry, ich hab dir glaub ich in die Eier gesche... Gibst du noch? Wow, 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 wow... Ha' auch nicht meine Mini-Map hier Oh, hä... Hä? Hier unten sind wir, ne? Habe ich noch ein paar Claymore? Ach, sag das doch! Ups Hab ich dir jetzt eingepackt? Na, wie lange muss ich dich denn schützen hier? Wie viele sind da? So haben wir eh wieder Millionen. Die tappsen hier irgendwie rum. Hallo? Ihr könnt ruhig runterkommen. Also, oh, ich bin sehr gastfreundlich. Haha. Willst du die Rolltreiben in die Luft jagen oder was? Sehr, sehr schlau. Wo ist er hin? Äh, äh. Ähm, ja, ähm. Ja, verstanden. So, teilweise. Hier bin ich. Ach, Kacke. Ah, Computer. Ich bin doch Computer. Oh, mit ein bisschen Wind in der Meer angekommen. Mh, mh. Kennst du kacken? Ich sag mal. Ja, Penner. Zum Glück hast du genug Munition. Mach dich mal ab hier. Ey, das, das Gebiet ist wie so klein für uns beide. Ich will nichts sagen, ne, aber ihr werdet immer mehr. Das ist uns. Kommt näher her. Da hinten. Ah, ne, das ist... Das ist dein Problem. Entschuldigung, wir versuchen euren Hauptmann am Leben zu halten. Verreckt. Dafür kommt aber nicht in den Himmel mit so'n... mit 200 Ungen Frauen. Hm. Der Helder Schutz kriegt nicht wirklich was. Hä? Mit einer da hoch geht. Na, keine Ahnung gehört. Hä? Oh. Wisst ihr, ich finde das irgendwie witzig. Kommt ihr durch bis zum Kaufhaus. Over. Ey, der Typ lebt doch nicht mehr. Zu euch ab. Erster Stock. Ausgangstüren. Verstanden? Verstanden. Der Typ lebt nicht mehr. Wir müssen hier weg. Komm mit. Alle Station. Nisfit 2-2 ist in 3 Minuten da. Bereit halten zu abholen. Over. Ja, dann go, 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 Leute. Oder Mann, oder... Nein, ich nehme mich weiter, Leute. Warte mal schnell, Al-Bashier. Hey, kann ich hier eine Waffe von denen klauen? Das ist genial. Ne, doch nicht. Schade. Ich schlafe mal meinen Scharfschützengebern. Aber das könnte ich ja gleich noch gebrauchen, weil du ja nichts machen musst außer den Typen anzugucken. Tja, nächster Raum und nochmal. BAM! One-Shot. Ah, effekten. BAM! 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 Daoker. Schau mal. Da oben, oder was? Ich schieb jetzt voll, voll in die Kniescheibe. Naja, schien wir ein. Einen. Nein, da war noch einer. Da war da doch noch einer. Wo hier está hin? Hallo Leute! Da oben! Da oben! Stells da rum. Wir sind wohl auch nicht dahinten. Na ihr. Was machen wir denn hier eigentlich? Aber schieß doch mal mit, Mensch! Jetzt fangen sie an, jetzt fangen sie an, jetzt fangen sie an. Jetzt fangen sie an. Jetzt fangen wir auch an. Einmal durch die Brust, er lebt nicht mehr. Wow, das war eng. Da wäre ich jetzt weg gewesen vom Fenster. Ich habe mir das Gefühl, dass sie in der Nähe sind. Oh. Scheiße. Ich habe noch eine Clamer? Nein, nicht hin tun, nicht hin tun. Okay. Mann, 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 das ist ganz schön unfair. Na Leute, wo seid denn hier? Alles leuchtet da hinten. Hey, Moment, Telefon.